Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Gewinnspielauslosung des Weihnachts-Gipaways, wo ja die AWP Asimov, die AK Vulcan, die M4 Cyrix und die AK Redline drin sind. Hier seht ihr die ganze Liste von den ganzen Teilnehmern. Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, alle rauszuschreiben. Und wie ihr seht, was mich auch nicht gewundert hat, dass bei der Asimov am meisten teilnehmen, weil die Asimov ist einfach so der Alltagsgegenstand wie bei jedem CSGO-Spieler, dass die Vulcan eher schlechter abschneidet, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich sehe sehr viele Vulcans im Spiel vor allem, sehr sehr viele Leute, dass die Redline so viele wollen, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Aber es ist ja immer zu Überraschungen bereit. So wie jedes Gifo-Win, natürlich oben ist der älteste Kommentar und unten der neueste. Sortiert, so wie mir das YouTube anzeigt. Ob das jetzt stimmt? Ja, ich weiß es nicht, liebe Leute, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir natürlich wieder auf unsere Lieblingsseite random.org, wenn ich sie finde. Ja, hier. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir mit der Cyrex anfangen. Da haben sich nämlich am wenigsten Leute eingetragen. 15 Stück an der Zahl. Also gehen wir auf random.org, geben ein 1 bis 15 und klicken dann auf Generate. So, gewonnen hat die 10. Das ist der IRC Isle. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen, die M4 Cyrex. Ja, schönes Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. So, markiere ich mir mal. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Vulcan. Ja, da haben sich 16 Leute eingetragen. Also gehen wir wieder auf unsere Seite. Reloaden mal. Und geben ein 1 bis 16. So, gewonnen hat die 4. Hier. Das ist Overcall The Ice Beer. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die AK Vulcan gewonnen. Auch schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. So, dann machen wir weiter. Die Red Line. 17 Leute. Also wie ihr seht, die drei hier ziemlich, äh, ziemlich, wie gesagt, eigentlich die gleiche Anzahl. Ja. So, äh, was war es? 17. Ich lege mal auf Generate. Gewonnen hat die 8. Das ist Night Shine. Herzlichen Glückwunsch. Für die AK Red Line. Auch, finde ich, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Vor allem, weil ja alle Skins scratchless sind. So gut wie. Da bin ich ja euch, wie gesagt, entgegen gekommen. Und, äh, zu guter Letzt natürlich die AWP Asimov, die heiß begehrteste Icon der AWP im Spiel. Habe ich, so habe ich mal gehört, dass die Asimov das weiß, die meist begehrteste AWP ist in CSGO. Weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder ob ich hier nur Bullshit laber. Aber auf jeden Fall 20 Leute haben sich da eingetragen. Also, gehen wir nochmal auf random.org. Geben ein 1 bis 20. Click auf Generate. Gewonnen hat die 10. Oder habe ich gerade nicht mehr angeschrieben. So, die 10 ist Chico. Herzlichen Glückwunsch. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. So, magiere ich mir auch mal. Also, herzlichen Glückwunsch an euch. 4, ja. Chico. Der Overkill. Overkill, der Eisbier. Den Namen, wo ich nicht aussprechen kann. Und Night Shine, ja. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet den Offer so kurz vor 18 Uhr bekommen. Denn ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt hier Weihnachtssachen richten und alles. Und auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den Skins. Ja, muss ich kurz überlegen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr im neuen Jahr wieder, wenn es wieder heißt. CSGO und bis dahin. Tschüss.